Wir laufen. Kann man gerade etwas klatschen? Klatschen! Ja, wir sind synchron! Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals. Ich befinde mich gerade auf dem Hurricane Festival 2019. Wir sind dieses Jahr von dem Festival eingeladen worden und deswegen dachte ich, ich nutze mal die Gelegenheit und erzähle euch mal 15 Fakten über das Festival 2019. Wusstet ihr zum Beispiel, dass auf dem ganzen Gelände verteilt 10 Kilometer Lichterketten hängen? Die Fläche des Veranstaltungsgeländes sind 134.000 Quadratmeter. Auf dem Hurricane-Gelände befinden sich über 4.500 Mitarbeiter inklusive Gastro und Security. Das Riesenrad hat insgesamt 24 Konten. Die Mitarbeiter haben 396 Funkgeräte für die Produktion. Auf dem Festival-Gelände befinden sich über 1.000 Dixi-Toiletten. Insgesamt 2.200 Mitarbeiter machen beim Panama-Projekt mit. Auf dem Gelände befinden sich über 50 Bars. Die Videoleinwände beim Hurricane sind 320 Quadratmeter groß. Auf dem Festival-Gelände befinden sich 47 Essensstände. Hier sind richtig viele Menschen, am Wochenende über 200.000. Der wichtigste Fakt des Hurricane 2019 ist, es gibt hier einen echten Waschbären. Auf dem gesamten Gelände vom Hurricane befinden sich über 32 Kilometer Bauzaunen. Die Fläche der Zelt- und Parkplätze beträgt ungefähr 240 FIFA-Fußballfelder. Das Hurricane-Festival 2019 ist insgesamt mein 17. Festival, aber das erste, in dem ich nicht betrunken bin. Der Festival-After-Movie über das gesamte Hurricane-Festival kommt übrigens Ende nächster Woche. Ich brauche dafür ein bisschen mehr Zeit, damit er auch richtig schön wird, wie immer. Auf jeden Fall, um nichts zu verpassen, Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt einen Kommentar, wie ihr dieses Video fandet. Vielen Dank, haut raus, bis zum nächsten Mal.